Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, TTT hat die Fresse Axel! Warum seid ihr immer so laut? Weil wir es können! Warum müsste ich anfang der Folge immer so anschwulen? Also wenn wir eine Boyband wären, dann wäre Lata auf jeden Fall der sympathische von uns, fahr wie der Bekloppte und über Axel wollen wir nicht reden. Genau. Ich bin der fette Liebenswürdige. Nein. Fette? Ja, aber liebenswürdig ist doch eine gute Sache. Halt's Maul! Liebenstimmig zu. Definieren Sie bitte liebenswürdig. Liebenswürdig hat es sich verdient zu leben. Warte. Äh. Äh, Ganja ist durch Explosionsschaden gestoppt. Er war T. Vorsicht, ich muss hier durchheißen und fettig. Ja. Oh, 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 oh. Hauptsache ich bin noch nicht mal auf dem Server. Ich wollte ja nicht so ein. Lata guck mal hin, das Ding rein, was ich da hingelegt habe. Hä? Wer ist es denn jetzt? Was ist das denn? Nein! 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 Oh, wie dumm, ey. Hilly, ey. Nein, das war es. Keine scheißen Discom an mir. Es ist ein Raum voller Leichen. Was machst du im ersten Moment? Du entwaffnest dich. Das ist richtig clever, Alter. Ich wollte die Schrotze da haben. Vor allem, Eddie, als ich da an dir vorbeigelaufen bin mit einer Leiche an, kannst du dir doch denken, dass ich da zum Traitor laufe und seinen Kollegen bei dem ablief war, der ich aus Versehen gekillt hat. Aus Versehen, ey. Ich hab erstmal random ne scheiß Dings an mir, Discom. Nee, das war ne Plasma. Ich wollte die eigentlich als Bein heften, weil die dich da nicht killt, aber ich hab bloß versehen deine Schulter getroffen. Das war jetzt aber echt... Vorsicht! Das war das Pech, Larte, bei mir, mit mir. Aber für dich war es Glück, aber... Da haben wir jeden in diesen Raum weggemacht. Na, geh mir aus dem Weg! So, die kommt rein mit Achsel oder so. Nee, mit der Leiche voran. Was ist das? Larte. Nein. Irgendwas ist das dunkel hier. Hallo, Malle! Ja, Kling. Malle! Warum rennst du gegen die Wand? Malle! Warum rennst du gegen die Wand? Hast du ja gerade geschockt oder was? Nee, das bist ja du. Du bist ja gar nicht an die Wand gelaufen, du Schopper. Alter, Hindi, auf mich zu... Oh! Warum ballerst du ihn einfach um? Das war... Hä? Wer? Oh, der ist zu... What the fuck? What the fuck ist hier los? Außerdem hab ich ihn nicht mit Absicht... Ähm, nicht mit Absicht in den Headshot gedrückt. Kau mal. Malle, das ist... Hardcore für dich. Malle! Was ist denn hier scheiße Waffe? Was ist denn hier scheiße Waffe? Warum die... Hat jemand versucht den Kronleuchter auf mich zu werfen? Ganz ja. Warum sind die beiden hier tot? Ja, die beiden hab ich hier abgeknallt. Malle ist Traitor, warte boy. Nein, ich bin nicht... Er hat immer noch Hinni abgeschossen. Alles klar, äh, Fabi war T. Der war wirklich am Schoppen als er gegen die Wand gelaufen ist. Merkt euch bitte, Malle ist Traitor. Ich bin kein Traitor. Du hast Hinni umgeschossen am Anfang der Runde! Ja, weil er mich geblockt hat ganze Zeit. Und da wollte ich mich einfach noch anziehen. No! Ja? Axel. Nein, Eddie. Eddie, ich muss schon nachladen. Ich will nicht helfen. Ich hatte noch alle meine Credits. Malle, du Bonobo. Bist gegen ne Vase gelaufen aufm Boden, die dich geblockt hat. Ja, und du schattest dann hinter mir. Was, Eddie? Es ist doch einfach, Malle. Meine Frisse. Malle, wie soll ich dich bitte blocken, wenn wir beide geradeaus in eine Tür reinlaufen? Ich komm nicht so, Hinni. Boah, Alter, ich hör gar nichts. Axel, äh, Hinni, hör mal aufs Raum zu bölken. Sonst krieg ich noch dicke Eier halten. Lass mal das scheiß Licht an. Hinni, mach das Licht an. Und ja, Hinni, ich will nur da runter dich an. Ich will nur da runter dich an. Hinni! 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 Oh Gott! Kinder, mach ich doch weg! Nur blöd das Latte hinter mir war. Latte! Latte! Das können wir noch nicht, jetzt können wir uns mal entscheiden. Bitte! Ja, dann spring über mich drüber. Ja, dann spring über mich drüber. Spring über mich drüber. Boah, Alter. Ich hab Fabi weggemacht, ich glaub ich. Warte, 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 warte. Okay, Traitor down. Okay, Fabi, äh, Fabi war Traitor. Was? Du hast Fabi gekillt, Malle, ne? Ja, ich hab Fabi gekillt. So, Malle ist posi. Er lacht aber so viel. Ich glaub, er ist gar nicht tot. Hey, der liegt doch hier. Confirmed. Drückt ab, der ist komplett confirmed. Der lacht einfach nur, weil das hier ne komische Situation war. Guck mal hier rein. Hier liegen drei, hier liegen drei Leichen. Ich hab's gesehen. Und jetzt hat er damit gebraten. Ich hab's auch noch fast gestorben. Ich bin auch fast gestorben. So, Eddie. Wait, Fabi die Leiche mitnehmen. Okay, das war. Hä? So. Wieso ist Eddie noch in, äh, in der Anzeige drin? Äh, das ist dann, äh, Deathfaker. Weißt du, wenn Eddie sie töten? Ja, das, Eddie ist dann der letzte. Maris, wo ist er? Im Keller. Wahrscheinlich. Der läuft hier rum irgendwo. Der ist unsichtbar. Ah, wow. Ja, der kann ja nicht unendlich unsichtbar sein. Äh, mit dem, mit dem, mit dem, wie heißt das? Keine Ahnung, ob das Auto selber ist. Da war er. Schicken. Ne Scheiße. Was denn? Die wollte er noch einstellen. Dann hab ich den aus Versehen aktiviert, ey. So ne Kippe. Es waren halt gerade drei auf einem Haufen, also rotz ich einfach mal rein. Weißt du? Dann stirbt da Fabi, ne? Und Malle schießt einfach trotzdem noch weiter auf mich. Ich konnte jetzt nicht genau zuordnen, wer wer war. Ich hab einfach raufgerotzt. Vielleicht der Kerl nicht, der mit der Schrotflinte reingeballert hat, ist nicht der Kerl mit der MP7, der da auf den Kerl mit der Schrotflinte geballert hat. Kera Eddie! Du altes Flittchen, ne? Für mich war das einfach nur ein Massaker, wo ich noch mal rein hatte. Du hast Angst gehabt, ey. Ja, komm rüber. Oh ne, jetzt geht's doch wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Dann geht das Licht nicht aus. Ich würde das Licht ausmachen. Nein, ich weiß nicht. Geht nicht aus. Ich pack rum, was ist das? Noch zu lange, wenn du es läd. Achsel? Achsel? Kannst du den Licht aktivieren oder was? Der wurde schon aktiviert. Guck mal hinter dir. Oh! Und der auch. Achsel? Kannst du mich denn töten? Ich weiß nicht. Achsel? Ja komm, hör mich um. Peace. Ne, ich mach's wirklich nicht. Na? Na Ganja, schon am shoppen? Das denke ich mir nämlich gerade auch schon die ganze Zeit. Der steht da nämlich schon die ganze Zeit. Komm, komm, ich kann nichts machen. Ja, 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 ja. Ach Henny. Ich hab ihn die ganze Zeit schon beobachtet. Das sind mir zu viele Leute auf einem Fleck. Henny. Packst du diese Axt jetzt weg? Ich pack rum, wie sonst was. Ja, du spackst. Henny. Kann man hoch springen? Ja. Das sind mir zu viel da oben. LOL. Henny! Was ist da los? Meine Güte. Geh mal dir auf den Sack. Alter. Geh weg mit der Axt, Mann! Was kommst du zu gut? Von mir und... Ja, aber die haben mir mit deiner Axt schon wieder fast einen reingehauen. Ja, du bist auf mich zugelaufen wieder, während ich mit meiner Axt am Spielen war. Was ist verkehrt mit dir? Ja? Jedes Mal kommt... Weißt du, Fabi kommt auf einen zu. Was machst du da mit mir? Wait, what did it... Ne, 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 ne. Oh, was ist das denn? Das ist der Dichsel, Mann. Auf mir? Henny hat mich angeschlossen. Hä? Was ist das? Hallo, Fabi. Hi. Wie komm ich hier? Warum? Ah, so. Hi. Nein, Leute. Warte. Ich werde dir sagen, das verfolgen. Hennny rastet Schilder aus. Warte. 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 Da rennt ihr auf einmal einfach in den Friendship rein. Da ist grad nicht gestorben, wo ist der hin? Da unten liegt der Aua. Warte. Was für ne Wichse. Also, ey, ich war's nicht ali. War's nichich. Malle ist einfach in dem síln modificationsям ma. Das heißt, Lati und ich waren es auch nicht. Wir waren zusammen hinten im raum bei dem geheimenbild. Hier war es beide. ponieważ I assure. so ziemlich aus einer von also zwei von denen dann dann kann es nicht gewesen sein mit dem hier in dem raum haben wir hier mit dem bild oder nicht mit den anderen bild es gibt noch mehr die sein können ja klar ich habe das ding auf mich selbst geschossen werden nicht mit er ist für mich auf jeden fall safe wo ist ja okay ich sehe schon wo Ich bin verwirrt. Was ist hier los? Nein, ich hasse die Waffe. Ich hasse die Waffe. Ich hasse die. Ich hab keine Muni mehr. Ich wusste auch nach Lagen. Alter, da drehen sie auf einmal durch. Ich wusste nicht, dass der Friendship-Beam so einen fetten Radius hat. Ich komm hier rein und werde so von beiden Seiten geschossen. Ja, weißt du, ich wollte gerade mit Axel Positionen wechseln, damit ich Lade wegholen kann. Auf einmal werde ich da umgeknallt von der Seite. Lass das scheiß Licht an, Gottverdammt. Fake of the lights. Stake? Wann kann man durch das Geländer laufen? Hänny? 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 Lato? Hänny? 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 Ja. Hänny hat Lato erschossen gehabt. Ich hab nur 6 APL. Nein. Na, Ganja? Ja? Den war fast das nicht. Ich hab 6 AP, willst du mich verarschen? Ja, perfekter Traitor-Spur Wo ist Malle? Hier oben Wo es Malle ist, oder wie? Nein, ich hab bloß gesagt, dass es eine gute Ausrede ist Ich steh jetzt die ganze Zeit bei Malle, weil ich persönlich glaub, dass es Malle ist Sind das nur noch 4 4? Nee, Eddie lebt auch noch Eddie? Loll, Malle, Malle Quatsch, Malle ist bei mir Eddie ist es Wann ist es, Eddie? Tja, Eddie, jetzt kommen wir durch das Geländer durch Ja, ist nur blöd, wenn wir 4 alle auf einem Haufen hocken, ne? Ja Das ist für dich, Eddie Dann trotzen wir jetzt einfach mal Eddie weg Wo ist der denn? Da hat sich natürlich Malle mein gestorben Da ist Eddie Hier oben im Raum Nein Haha Da war doch ne Mine Wo denn? Hier ist keine Mine In die Fabi reingelaufen Wie ich reingelaufen bin, ey Eddie, was hast du gemacht, ey? Ich war instant kill Oh, Eddie Oh, Malle Oh, Malle Scheiße, warum, warum warst du wieder tot, Henni? Ja, weil ich Later erschossen hab, weil Fabi da war Weil Henni, weil er mit deinem Spiel gespielt hat Henni ist ein boosted Bonovo, darum Henni, du musst ihn mal ein bisschen mehr Zeit lassen Und das ein bisschen schöner einstellen Anstatt jedes Mal so hastig zu werden Ja, das war mein Runde bisher, die ich gestartet hab War gleich, äh, mein Tierkollege gleich mit tot Henni, du meinst so wie du? Malle ist es, Malle ist es, ne? Ja, das war ein Versuch wert, oder nicht? Du hast Malle schon leicht verdächtig gehabt Jemand, alle auf einem Fleck? Ja, wär er dir nicht an einem Fleck gelegen Hättest du ihm vielleicht sogar... Er hätt's in den Mund gehalten, dann hätt ich mal so weit erschossen Ja Sehr wahrscheinlich Oh, hi Ich geb dir das Hallö Besser ist es Kann ich hier irgendwas vorbeibringen? Kann ich das aufheben? Ja, kann ich, okay Bin ich am Besten für dich? Ich versteck mich einfach Das ist ein Stuhl und kein Red-Head Obwohl der schon relativ rot ist Warte, ich bin super Warte, ich bring dir noch was vorbei Kann ich das hier, kann ich das hier rausschieben? Bitte sag ja Geht das? Ja, es geht! Alter, warum liegen hier Kronenleuchter? What the fuck? Hey komm, geh weiter, jawoll So, so Tür auf Hi Geh da durch Au, au, au Au What the fuck? Maler hat auf mich geschossen Alter, dreh dir jetzt wieder alle durch Der da oben schießt, Ganja ist es Ganja hat auf uns geballert Ich pack rum, ich drück einfach irgendwas Das ist Ich wurde eh vergiftet, also Und au Wow, Kanja Und warum hast du auf Malle geschossen gehabt, Latte? Weil er mich angeslippt hat Hallo Himi Was, du hast ja den verloren Aber, so'n Sniper Schuss hab ich den Jungs wo gehört Fabi, abhauen Up Traitor! Eddie? Ja, einer von euch beiden, einer von euch beiden Eddie? Dieser letzten Okay, dann ist Fabi Haben dir meine Geschenke gefallen, Himi? Haben dir meine Geschenke gefallen, Himi? Ja Obwohl das letzte schon ein bisschen sehr rostig war Ist aber rot! Ah, okay, okay, lass ich durchgehen Ich dachte, du stehst auf die rostigen Dinger Ahhhh Ahhhh Das geht auch aus, lustig nicht Fabi, du warst drei Jahre mit Himi alleine Der lebt wieder Ja Er ist oben gespawnt Wenn du nicht irgendwo da Steps gemacht hast Ich laufe grad irgendwo rum WTF Das wird grad ne fliehende Vase entgegengekommen Ja, hi, hi, ich bin bei dir Achso, hi Also hier ist er nirgendwo, scheinbar Ich geh wieder nach unten Da unten beim Lichtschalter Ui Alter Scheiß verfickter Zaun Nope Der ist unten beim Lichtschalter im Raum unten Weil wo du later schossen hast Ist der da noch? Nein, andere Seite Warte, ich geh wieder hoch Ähm Wo war das denn? Hier Der ist nicht durch Der ist unten noch weiter durchgelaufen Fuck Fuck Nice Scheiße Hup Hup Doof, Alter Du hast sogar meine Leiche confirmed Jeder der das oben gesehen hätte Hättest nur sagen müssen Ah, Eddie ist tot Und dann hätte jeder oben gelesen, dass du den confirmed hast Und dann hätte auch jeder verstanden, warum du auf Late schießt Ich war gestern Ich wollte ihn ja wegmachen Du musst mal ein bisschen mehr reden Mund aufmachen Henni Ja Ich erwarte Geschenke Bist du jetzt im Waldzimmer? Eddie? Nein, lass uns nicht raus Eddie, lass mich dann entscheiden, schau da dran Ohhhh Ohhhh So So Der schlussiert schon wieder, wenn du geklopft hast Ja, nur da Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich glaub bei ihm leckt's auch nicht mehr Ich bist auch gar nicht im Bade Gerade im Moment nicht So jetzt geh in deine Badewand Ich bring dir Geschenke vorbei I'm with Henni Halleluja Henni ist es Henni ist es Henni hat glaub ich Axel gerade ein Geschenk vorbeigebracht Ja, hat er eine Tür liegen Das noch hat gefällt Henni ist es auf jeden Fall Henni ist es 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 Loll Oh, alles gut Alles gut Alles gut Ja, alles F**k Ich hab gedacht Malla hat auf mich geschossen Was zum Teufel war da los? Ich hab gar nicht gerallt was auf einmal los ist Ich seh da nur Schüsse rumfliegen Ich hätte mir ein Mirror Fade übrigens gekauft lassen Weil wir da eigentlich nicht so viel machen müssen Die wären wahrscheinlich wieder am Kuscheln gewesen sexubiert Oh ja, Pacman! Pacman! Nein, Lavender Town die ist richtig reudig die Map Pacman ist auch reudig Ne Alle Maps du nimmst und reudig Okay, Popopo 2, los! Ich bin in die Schule Nein, Pacman! Popomon Yes! Ja Vielen Dank für die Zuschauer Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.